Hallo und guten Abend, es geht los und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung, unserer Online-Veranstaltung heute Abend zu dem Thema, wie kann man das Unerzählbare erzählen. Mein Name ist Margret Fröhlich hier von der Evangelischen Akademie und zu diesem Gesprächsabend begrüße ich alle die, die Sie jetzt schon in den Fenstern auf dem Bildschirm sehen, nämlich Monika Borgmann, Filmemacherin, die uns heute Abend aus dem Libanon zugeschaltet ist, Katja Maurer von Medico International und Sie sehen auch Bettina Kocher, die Geschäftsführerin des entwicklungspolitischen Fernsehworkshops bzw. der Filmtage Globale Perspektiven. Die Veranstaltung heute Abend ist Teil, ist der erste Teil eines großen Ganzen, das aus drei Teilen besteht, nämlich den Filmtagen Globale Perspektiven und wir bieten Ihnen eben heute die Online-Veranstaltung, die erste an, wenn Sie Interesse haben. Morgen geht es dann weiter um die gleiche Zeit, 19 Uhr, auch eine Gesprächsveranstaltung zum Thema Influencer in der eine Weltberichterstattung und dann am Freitag, allerdings schon um 18 Uhr, da gibt es dann die Preisverleihung online, die Verleihung des Filmpreises, globale Perspektiven. Über 100 Filme sind eingereicht worden, drei Filme haben einen Preis gewonnen und es gibt Gespräche mit Filmemachern, also auch das wird ein spannender Abend. Herzlich willkommen allen Ihnen, die uns jetzt zuschauen von aus der Nähe oder von weiter her und alle die, die sich angemeldet haben, haben auch die Gelegenheit mit Chatfragen sich an der Diskussion zu beteiligen und ich möchte Sie auch gleich ermuntern, das zu tun. Sie können das von Anfang an tun, Sie müssen allerdings ein bisschen Geduld haben, wir haben uns vorgenommen, das erst im weiteren Teil, im späteren Teil in die Diskussion einzubringen. Ja, bevor wir gleich auch zur Sache kommen und in das Thema einsteigen, möchte ich an dieser Stelle das Wort an Bettina Kocher übergeben, denn Bettina Kocher ist der Kopf des Ganzen. Sie hat die konzeptionelle und organisatorische Leitung für das Gesamtprojekt Globale Filmtage. Herzlich willkommen Bettina Kocher, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank und ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen zu diesem Workshop, dem ersten Teil dieser Veranstaltungsreihe, denn die Filmtage Globale Perspektiven finden ja in diesem Jahr komplett online statt, das ist für uns ein Novum. Die Filmtage Globale Perspektiven, ich möchte dazu gerne etwas sagen, weil wir sie ja jetzt dieses Jahr nicht live erleben konnten, sind nämlich eine der wenigen Gelegenheiten, Filme zu Themen des globalen Südens zu sichten und mit Filmschaffenden und Fachleuten aus der Bildungsarbeit und der Entwicklungszusammenarbeit den Austausch über Inhalte und Formen, über die Formate, in denen diese Inhalte vermittelt werden, zu führen. Eine Jury zeichnet während der Filmtage Filme aus, wie gesagt, die Preisverleihung ist am 13. an diesem Freitag und empfiehlt Filme für die Bildungsarbeit. Und das ist auch eine der Kernaufgaben des Fernsehworkshop Entwicklungspolitik. Es heißt nämlich immer wieder die Bedeutung von Filmen bei der Initiierung von Bildungsprozessen im Lernbereich globaler Entwicklung hervorzuheben. Sie können auf unserer Homepage Filme sehen, Sie können sich das Programm angucken und können sich mit den Themen aktueller Film- und Produktionen zu Themen des globalen Südens informieren. Und jetzt möchte ich Sie auch noch einmal, freue ich mich, dass dieser Workshop mit Monika Bartmann stattfinden kann, denn auch das gehört zu dem Konzept der Filmtage, nämlich die Auseinandersetzung mit wichtigen und aktuellen Themen. Und dazu gehört auch das, was ist eine Erzählung im Film und wie setzen sich Filmemacher und damit dann auch wieder Zuschauerinnen und Zuschauer zu den sehr schweren Themen, nämlich das, was eigentlich das Unerzählbare ist, was dann wiederum in Bildern sich umsetzt, zu erfahren. Ich wünsche uns einen interessanten Abend und ja, bis später. Ja, vielen Dank Bettina Kocher. Sie haben es eben schon angedeutet, wir haben uns ein sehr brisantes Thema vorgenommen, nämlich wie kann man schwerste Erfahrungen, Gewalterfahrungen, wie kann man Kriegserlebnisse, wie kann man all so etwas erfahrbar machen und vor allem als Filmemacherin im Film erfahrbar machen. Das wird das Thema des heutigen Abends sein und wir werden das exemplarisch diskutieren an dem Film Tatmur, ein syrisches Gefängnis. Das ist ein Dokumentarfilm, ein preisgekrönter Dokumentarfilm, den Monika Borgmann gedreht hat, zusammen mit Slim Lockmann. Entschuldigung. Der Film wurde schon 2016 fertiggestellt. Er hat bis heute nicht an Aktualität verloren. Wir werfen einen Blick in die Vergangenheit, in eine Geschichte, die lange verschwiegen wurde im Libanon und worum es darum aber geht. Und was diese Geschichte auch mit heute zu tun hat, das denke ich, erzählt uns Monika Borgmann am besten selbst. Ja, Monika Borgmann, Sie haben jetzt das Wort. Danke. Als erstes vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich sehr, Ihnen heute mehr über den Film erzählen zu können, weil, wie gesagt, das Thema, das dieser Film behandelt, Gefängnis, Folter, Trauma, ist nach wie vor leider ein sehr aktuelles Thema. Und ich habe heute Morgen, habe ich kurz einen Artikel gelesen von einem Deutschen, der auch 2018, ich glaube, 48 Tage in syrischen Gefängnissen gefoltert wurde und sich jetzt irgendwo jetzt über seine Geschichte spricht. Das heißt, das Ganze ist nicht weit von uns entfernt. Das will ich damit sagen. Ich möchte Ihnen ganz kurz was über unsere Protagonisten als erstes sagen. Im Mittelpunkt des Films steht eine Gruppe von Männern, Libanesen, aber auch im Libanon geborene Palästinenser, die jahrelang in syrischen Gefängnis gefoltert wurden und überlebt haben. Und ja, mit jahrelang meine ich, jeder von diesen Männern war zwischen 8 und 15 Jahren in syrischen Gefängnissen. Diese Männer wurden während des libanesischen Bürgerkriegs nach Syrien verschleppt. Ich weiß, dass das etwas kompliziert ist zu erklären, von daher werde ich auch nicht weiter darauf eingehen. Aber sie wurden in den 80er Jahren nach Syrien verschleppt und die meisten von diesen Männern kamen 2000 nach dem Tod von Hafiz al-Assad, dem Vater von Bashar al-Assad, im Jahre 2000 durch ein Amnestie-Gesetz wieder frei und kehrten in den Libanon zurück. In dem Film lassen sie ihre Erfahrungen wieder aufleben, teilweise durch Erzählungen und teilweise durch eine Art von Re-enacting oder Re-living oder auf Deutsch eine Art von Nachspielen. Und bevor ich mehr sage, würde ich Ihnen eigentlich sehr gerne den Trailer des Filmes zeigen, damit Sie einen ersten Eindruck bekommen. und dann aufhören. Und dann aufhören. Das war's für heute. Ihr habt mir von den USA und Herzen gelegt. Ihr seid ein Camp Eich. Ihr seid ein Camp Eich! Ihr seid ein Camp Eich! Ihr seid ein Camp Eich!!! Ihr seid ein Camp Eich! Ihr seid ein Camp Eich! Sie sind im Leben von mir! Mein Arschl と ihr sagt nur, es kommt zu einem Säuern, wie ihr passiert? Das hat mir gesagt, dass du dein Leben in deinem Leben wirst, bis du dein Leben in deinem Leben wirst. So, ich würde gerne noch etwas mehr zu den Männern sagen. Wir haben persönlich, und wie der Film entstanden ist, wir haben diese Gruppe von Männern vor mehr als zehn Jahren, das heißt 2008, 2009, kennengelernt. Und das bedeutet um die acht, neun Jahre nach ihrer Freilassung. Und diese acht, neun Jahre nach ihrer Freilassung waren diese Männer eigentlich mit ihrem Trauma und dem Erlebten völlig alleine. Sie haben vom libanesischen Staat nie medizinische Hilfe, eine psychologische Unterstützung oder irgendeine Art von Wiedergutmachung für die vielen verlorenen Jahre in syrischen Gefängnissen bekommen. Und als sie 2000 in den Libanon zurückkehrten, war die syrische Armee noch im Libanon als Besatzungsmacht. Und daher hatten die meisten dieser Männer auch Angst, über ihre Erfahrungen in den syrischen Gefängnissen und die furchtbare Folter und Erniedrigung zu sprechen. 2005 zog sich die syrische Armee aus dem Libanon zurück. Und dann begann eigentlich der Prozess, wo mehrere dieser Männer individuell Zeugnis erlebt haben. Aber trotzdem haben die meisten versucht, diese traumatischen und extrem schmerzhaften Erfahrungen in sich zu begraben und ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Dann begann 2011 die syrische Revolution und die Medien wie auch das Internet waren überflutet von Bildern und Videos von syrischen Folteropfern, von der brutalen Repression des syrischen Regimes. Und bei unseren Protagonisten kamen alle Erinnerungen wieder zurück. Wie gesagt, wir kennen diese Männer seit über zehn Jahren. Und je länger wir sie uns kannten, desto mehr Vertrauen haben sie in uns entwickelt, für uns entwickelt. Und je mehr Vertrauen sie in uns hatten, desto offener haben sie mit uns gesprochen, um uns von ihren Erfahrungen zu erzählen. Einmal von der Folter natürlich, von den Demütigungen, aber auch von ihrem Wunsch, überleben zu wollen. Und jeder dieser Männer trägt eigentlich ein Geheimnis in sich. Das Geheimnis, die Kraft gefunden zu haben, überleben zu wollen. Und je mehr wir von diesen Männern, von den Männern hörten, desto größer wurde eigentlich unser Wunsch, mit ihnen einen Film zu machen. Und wir haben ihnen das Filmprojekt 2012 vorgeschlagen. Sie haben sofort eingewilligt, vielleicht auch, weil sie sich als Sprecher all der gefühlt haben, von Anfang an gefühlt haben, die keine Stimme haben. Und der Film hat ihnen die Möglichkeit gegeben, eine Stimme zu haben. Und so ist dann während drei, vier Jahren dieser Film entstanden. Und um darauf zurückzukommen, was ich gerade gesagt habe, für uns ist der Film nicht ein Film nur über die Folter, sondern es ist auch ein Film über den Willen, überleben zu wollen. Und ich würde Ihnen gerne, der Film hat zwei Ebenen, eine sind Interviews, und ich würde Ihnen gerne jetzt einen Auszug von einem Interview zeigen. Von einem Filmfors, die Sie nur anschauen. Ja, jeden Moment, Jetzt sind die Achse. Wir sind die Achse. Wir haben uns, Wir haben uns, Das ist aber nicht. Wir haben uns, Wir haben uns, dass sie in der Kuboenten, die Achse. Das ist so. Und das ist so. Und das ist so. Wir müssen uns auf die Erde kommen. Wir müssen uns auf die Augen fangen. Ich habe das an Begrüßigung gefunden. Aber sie haben sich das anbelangtet. Sie schauen sich das anbelangt. Sie wollen sich auf einen Handel machen können. Und da kommen. Soll ich nachher. Es gibt eine eine Halte für questa Karte. Er hat mir hingeschaut. Er hat mir das geschaut. Ich habe das geschaut. Ich kenne dich das. Ich habe das nicht gesehen, Sie sehen uns aber es hilft es, er hat eine kaffe von hier. Das ist ja so. Ich habe eine kaffe von hier auf die Arme gesagt, keine die bekommen. Er hat meine Arme im Kopf gesagt. Ich war, ich hab eine Arme, ich habe anめ. So hatte ich auf diese Arme, so habe ich das so. Er gab mir alle Arme über Arme. Ich sagte mir, wenn ich, wie klar Alk oder ich so richtig kalt habe. Ich möchte ihn übernehmen, dass er ein Zeiget hat. Ich habe das Gefühl, ich habe es nicht mit mir geholfen. Das ist hier, das ist erzell. Das ist erzell. Ich habe mich mit meinem Reimann, das war er. Ich sagte, was das ist? Er hat mich mit dem Schrauben. Er hat mich mit dem Schrauben und er hat mich mit dem Schrauben. Er hat mich mit dem Schrauben und er hat mich mit dem Schrauben. Wie ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe diesen Clip ausgewählt, weil ich glaube, dass er zeigt, wie jemand diesen inneren Widerstand gegen die Folter haben kann und gegen die Brutalität. Und ich möchte eigentlich ein paar Worte sagen zu der Form des Films, weil natürlich haben wir uns auch von Anfang an gefragt, wie kann man das Unerzählbare erzählbar, aber vor allem auch sichtbar machen. Und wie kann man Emotionen wie Angst, Hass, Scham, Hoffnung, Ekel, Terror, Widerstand, Schmerz, Hoffnungslosigkeit und so weiter filmisch darstellen. Und wir hatten sehr viele unterschiedliche Ideen, auf die ich jetzt nicht alle eingehen werde. Aber letztlich haben wir die Filmsprache zusammen mit unseren Protagonisten entwickelt. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass Worte nicht genug waren, um das Erlebte zu beschreiben. Wann immer wir Treffen hatten und einer der Männer keine Worte fand, um das Erlebte mit Worten auszudrücken, stand er einfach auf und imitierte. Und in einem sehr, sehr langen Prozess, auf den ich vielleicht später eingehen kann, aber nicht hier, haben wir im Endeffekt zusammen mit den Männern beschlossen, dass wir, in Anführungsstrichen, das Gefängnis noch einmal zu leben. Und auf diese Art und Weise ist dieses We-in-Acting entstanden, das ich Ihnen jetzt auch gleich zeigen werde. Und das Wichtige hier für mich zu sagen ist, dass das ein gemeinsamer Prozess war. Wir haben im Libanon nach Orten gesucht, wo die Männer ihre Gefängniszellen nachbauen konnten, wo sie ihre Gefängniszellen dekorieren konnten. Wir haben die Szenen, die nachgespielt werden, zusammenentwickelt. Alle Männer waren irgendwann in Isolationshaft. Nur drei dieser Männer wollten das zeigen. Wir haben kleine Ausschnitte in dem Trailer gesehen. Aber der große Dreh fand eigentlich in der Kollektivzelle statt. Und das ist eigentlich die nächste Szene, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Es ist eine Szene, wo jemand den Schmerz psychologisch nicht mehr aushält und mehr oder weniger verrückt wird. Und das ist eine Szene. Ich hab schon mit diesem Körper gesagt. Ich will mich. Ich will mich nicht. Da geht's mir nichts. nagest du dich? went und Sind sich Gäste? ld es mir muss, n Spaines. dein Zolliley? Yok 사람! 忘 kilometres Ghil Leistung, epaljaaativiyoh. tut dann Shawn goin. tych gäste Tephi Isk femtein. Olá we goosebumps bei Herrn Bryan. Herr traveled hier für die mediagroupage. Hey als im L實até, Das ist der Herrscher. Ich werde, um die Szene wirklich zu verstehen, muss man vielleicht wissen, dass die Männer permanent von oben beobachtet wurden, dass sie kein Recht hatten, überhaupt zu sprechen, dass sie zum Schweigen verurteilt waren und um irgendwo die Emotionen im Inneren der Zelle zu verstehen, hatten wir das Gefühl, wir müssen auch etwas von der Gewalt irgendwo zeigen, die die Wärter den Gefangenen antun. Das sind minimale Szenen, die sind nicht sehr lang, aber wir mussten dazu, die Männer auch dazu bringen, irgendwo die Rolle, nicht nur die Rolle der Gefangenen zu übernehmen, sondern auch die Rolle der Wärter zu übernehmen. Und mehrere von diesen Männern haben das gemacht mit einer extrem großen Überzeugungskraft. Und ich denke, psychologisch war das fast eine Art von Rache. Was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, und das ist die letzte Szene, die ich Ihnen zeigen möchte, wo Wärter schlagen, aber dieses Schlagen, und das führt der Film ganz am Anfang ein, das haben wir jetzt nicht gesehen, das tut nicht weh, es macht nur Geräusche. Und ja, und wir hatten das Gefühl, wir brauchen diese Szenen von äußerer Gewalt, ich will Ihnen keine Angst machen, aber von etwas Gewalt, um einfach auch psychologisch zu verstehen, was in der Zelle passiert. Und das ist jetzt die letzte Szene, die ich Ihnen zeigen möchte. Und das ist das, was in der Zelle passiert, was in der Zelle passiert. Und das ist die Ming, da sagen, bitte? Mit der Zelleieni Konrad! HALS4! Wir brauchen Server zum einenок SUS39! 1... 2... 3-1! Guys, wir werden gerade haben möchte, will ich reinsu Donkey mal machen nicht. Zählen Sie bekommen! Geben Sie bitte! Geben Sie von mir! Geben Sie! Geben Sie bitte! Ein, zwei... Geben Sie die Hörsa! Geben Sie den Hörschel! Ich bin hierher. Das hat nicht zu erheben, ihr habt es zu erheben. Dann soll ich es nicht mehr als erheben. Keiner! Herr Präsident, Europas? Das ist es. Das ist es etwas zu erheben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist es. Ich weiß nicht. Ich fühle dich zu ihr, das ist es. Ich fühle dich zu dir. Jalla, ja, Haywa! Gehen wir uns! Halt! 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 Um abzuschließen, das Filmen war nicht leicht für die Männer. Aber sie haben eine unglaubliche Kraft bewiesen, irgendwo so weit wie möglich in diesen Nachspielen zu gehen, wie zum Beispiel in der letzten Szene. Das war improvisiert, das war nicht vorher abgesprochen. Und wichtig ist es, ich möchte noch zwei Bemerkungen zum Abschluss machen, die für mich sehr wichtig sind. Ich glaube, dass die Männer durch den Film im Endeffekt wieder die Kontrolle über einen schmerzhaften Teil ihres Lebens wieder gewonnen haben. Und das Zweite ist, der ganze Prozess dieses Re-Livings, Re-Inactings, Nachspielens, wie immer man es nennen will, wurde von einer Trauma-Expertin begleitet. Diese Trauma-Expertin hat mich gesehen, nicht die Männer. Aber ich brauchte diese, ich habe diese Supervision in Anspruch genommen, um einfach auch Flashbacks oder allem, was hätte passieren können, vorzubeugen. Und bis heute wirklich bewundere ich die Kraft dieser Männer, wieder in diese furchtbaren Jahre zurückzugehen. Aber wie gesagt, diese Männer fühlen sich auch als Sprecher für all die, die nicht sprechen können. Entweder weil sie bis heute in Gefängnissen sind oder weil sie es nicht überlegt haben. Ich mache weiter. Ja, also mein Name ist Katja Maurer. Ich bin von Medico International, Frankfurter Hilfsorganisation. Wir arbeiten schon sehr viele Jahre im Libanon und haben auch schon sehr viel zusammengearbeitet mit Monika und Lockmann und der Organisation UMAM. Deshalb stelle ich jetzt hier ein paar Fragen, vielleicht auch, damit man noch ein bisschen besser versteht, worum es da geht. Ich möchte nochmal sagen, dass das für uns als Leute, die wir die Situation in Ländern wie Libanon und in Syrien kennen und auch auf gewisse Weise mitleiden, gleichzeitig ja genau die Frage besteht, wie können wir das an das Publikum in Deutschland vermitteln. Weil hier erfährt man ja immer nur sozusagen so einen allgemeinen Horror, riesige Zahlen über Hunderttausende von Toten in Syrien, über die Grauen des Bürgerkriegs. Und daraus formt sich ja ein Bild von diesen Regionen, das unglaublich unpersönlich ist und auch so schwer zu ertragen ist für das Publikum, dass man diese Regionen auch sozusagen die ganzen Verbrechen der Region anlastet und nicht begreift und nicht begreift, dass es hier doch darum geht, dass das also eine Menschheitsgeschichte ist, die uns auch betrifft. Und in diesem Zusammenhang fand ich diesen Film auch, den ich jetzt die Chance hatte, ganz zu sehen, sehr wichtig, weil er eben auch dem Publikum etwas erzählt. Er erzählt über die Eins und weil wir uns, wenn wir den Film ganz sehen können und ich hoffe, dass der Lockdown irgendwann zu Ende ist und dann werden wir auch in Frankfurt auf jeden Fall die Gelegenheit organisieren, den Film auch nochmal richtig zu zeigen, weil man als Zuschauer und Zuschauerin sich unglaublich mit den Leuten identifiziert und gleichzeitig in der Geschichte drin ist und ob er auch gleichzeitig versteht, dass es alles nur gespielt ist, was tröstlich ist, sonst wäre es auch unerträglich. Jetzt zu der Frage, insofern ist für mich die Frage nach, wie kann man das eigentlich Unerzählbare, dieses Grauen in diesem Foltergefängnis-Tatmord überhaupt erzählen, ist von hier aus sehr, sehr wichtig, damit wir es auch greifen und es an uns heranlassen können. Jetzt hast du, Monika, zwei Sachen gesagt, dass es die Kraft des Überlebens ist, was es erzählbar macht, wie die Leute auch die Protagonisten selber machen und das die Protagonisten selbst auch mit erzählen. Wie ist das aber jetzt von einem Standpunkt des Filmemachens her? Das heißt ja auch, man muss den Prozess ein bisschen abgeben. Man kann kein fertiges Drehbuch schreiben und dann sagen, jetzt lasse ich alle für mich spielen. Ist das eine andere Art des Filmemachens? Es ist eine besondere Art des Filmemachens, weil wir haben uns wirklich auf die Männer eingelassen. Und um ganz klar, um ein Beispiel zu geben, als ich angefangen habe, über den Film nachzudenken und mich gefragt habe, wie kann man diese Emotionen, wie kann man den Schmerz und, und, und darstellen, habe ich als erstes an Tanz gedacht. Ich dachte irgendwo, vielleicht irgendwie kann Tanz, der einfach auch körperlich ist, wie die Folter, vielleicht kann Tanz das übersetzen. Und dann sind wir in diesen langen, und ich rede wirklich von drei Jahren, in diesen langen Prozess mit diesen Männern eingetreten. Und wir brauchten irgendwann keinen Übersetzer mehr. Und ich glaube, dieses We Living Green Acting, wir waren in einem Prozess, wo diese Männer selber ihre Sprache gefunden haben. Und das war wirklich ein langer Prozess, um irgendwo das ganz kurz zu beschreiben. Lukman und ich, wir haben gleichzeitig eine NGO, die OMAM heißt. Und mit dieser NGO haben wir auch mit diesen Männern gearbeitet. Und wir haben 2012, haben wir eine erste Performance kreiert, die im Libanon gezeigt wurde, die dann aber auch nach Deutschland eingeladen wurde und dort in fünf Städten gezeigt wurde. Und das heißt, und in diesem Moment haben sich die Männer, wir haben mit den Interviews begonnen, in dem Moment haben sich die Männer an eine Kamera gewöhnt. Und das war wirklich ein sehr, sehr langer Prozess. Und es ist vieles in dem Film spontan, aber es ist auch alles eigentlich nicht spontan. Und wir sind, das heißt nur, um einfach nur ein Beispiel zu geben, den Dreh dieser Kollektivzelle, der war zwei Tage und eine Nacht. Wir haben alle dort geschlafen in dieser Location. Aber wir haben diesen Dreh ein Jahr vorbereitet. Und das heißt, wir haben, ja, es war ein besonderes Verhältnis, aber wir haben mit den Männern zusammen zum Beispiel beschlossen, was sind die Szenen, die wir zeigen wollen. Und ich meine, es ist irgendwie extrem schwierig, aus einem Film bestimmte Szenen auszusuchen. Und was ich gezeigt habe, ist nicht hundertprozentig repräsentativ für den ganzen Film. Aber ich wollte einfach einen Eindruck geben. Aber das heißt, ja, es war eine besondere Art der Zusammenarbeit. Und wir haben im Endeffekt diesen Männern die Möglichkeit gegeben, einmal ihre Sprache zu finden, in der sie sich ausdrücken können, und ein Publikum, also irgendwo eine Plattform. Und wir haben ihnen eine Plattform gegeben, wo ihre Stimme gehört wird. Könntest du sagen, wie ihr das genau ausgesehen habt? Habt ihr den Film im Libanon gezeigt zum Beispiel? Und was hatte der für eine Wirkung? Ja, wir haben den Film mehrmals im Libanon in diversen Filmfestivals zeigen können. Dazu muss ich sagen, dass jeder Film im Libanon muss durch die Zensur gehen. Und als der Film das erste Mal gezeigt werden sollte, haben wir das Okay von der Zensur am Abend zuvor bekommen. Und das hat die, der Film wurde an einem Freitag gezeigt, Donnerstagabend um 8 Uhr abends haben wir das Okay bekommen. Das heißt aber, die ganze Zeit vorher habe ich unsere Protagonisten nie so deprimiert gesehen, wie in diesem Moment, weil das Schmerzhafteste für sie war eigentlich, wir sind Libanesen, wir haben das erlebt. Und in unserem eigenen Land wird uns verboten, über diese Erfahrung zu sprechen. Und ich kann die Erleichterung nicht beschreiben, die dann irgendwo da war, als der Film dann doch das Okay von der Zensur bekam. Und ja, der Film ist mehrmals gezeigt worden in diversen libanesischen Festivals. Und die Kinos waren, das Kino war jedes Mal voll. Wir hatten eine immense Presse. Wir hatten eigentlich geplant, letztes Jahr im November den Film für mehrere Tage auch im Kino herauszubringen. Und nicht nur per Festival. Das war ein langer Prozess, der auch sehr schwierig war, erneut mit der Zensur. Darum haben wir es auch nicht eher gemacht. Und dann brach diese Revolution aus und es gab einen Cultural Boykott. Und damit ist der Film nicht gezeigt worden. Inzwischen gibt es auch keine Kinos mehr. Und, oder sie sind geschlossen. Aber nein, das war, der Film war für viele Libanesen wirklich ein Schock, dass sie irgendwo durch den Film auch ein Kapitel ihrer Geschichte entdeckt haben, von dem sie irgendwo abstrakt, aber nicht sehr konkret wussten. Vielleicht müsste man das nochmal erklären kurz, warum sind denn eigentlich Libanesen in syrischen Gefängnissen gewesen, auch jetzt fürs Publikum vielleicht? Ja, das ist irgendwie eine etwas komplizierte Geschichte. Der Libanon hat einen Bürgerkrieg erlebt, von dem 1975 begann und 1990 endete. Und in diesem Bürgerkrieg gab es Gruppierungen, die mit den Syrern, die auch im Libanon präsent waren, genauso wie Israel, alle waren hier präsent. Es gab Gruppierungen, die mit den Syrern zusammengearbeitet haben, aber es genügte im Endeffekt auch, zum Beispiel einer Gruppierung anzugehören, es gab zig Gruppierungen, einer Gruppierung anzugehören, die gegen Syrien waren. Das war zum Beispiel die PLO unter Yasser Arafat, das führt jetzt zu weit, das alles zu erklären. Das waren gewisse christliche Milizen, das waren Islamisten. Und selbst wenn man nur im Bürgerkrieg, wenn man nur sympathisant einer solchen Gruppierung war, war das manchmal genug, um gekidnappt zu werden und dann nach Syrien verschleppt zu werden. Jetzt ist es ja so, dass Tadmor nicht nur für Libanon eigentlich so ein symbolischer Name für die ganze Gewaltherrschaft, nicht nur des Assad-Regimes, sondern vielleicht für bestimmte Praktiken in vielen Ländern im nahe östlichen Raum ist, wie sozusagen die Entrechtung der Menschen aussieht. Gibt es denn noch mehr Filme, die versuchen, diesen autoritären Charakter dieser Regime, der sich ja explizit in einem Foltergefängnis ausdrückt, die das thematisieren und die ihren Bezug zu eurer Arbeit sehen? Ja, und wir haben, das ist heute der ideale Tag, wir haben, es gibt eine, erstmal gibt es eine große literarische Produktion zu Gefängnis. Es gibt so eine Sparte, die Gefängnisliteratur. Und was ich eigentlich sagen wollte, wir haben diesen Film 2016 beendet. Und wir haben wirklich vier Jahre unseres Lebens mit diesem Thema täglich verbracht. Und der Film zeigt, was wir in einem Film zeigen konnten, aber das Thema ist extrem komplex und es ist regional. Und wir haben etwas Zeit gebraucht, aber unsere Organisation Umam hat zwei Jahre später eigentlich ein neues Projekt formuliert, weil diese Praktiken in der ganzen Region angewendet werden und weil Gefängnis, Folter, Trauma in der ganzen Region ein zentrales Thema ist und weil wir eigentlich fast schon Gefängnis als eine Art von Schlüssel sehen, um die Region zu verstehen. Und von daher haben wir vor zwei Jahren ein neues Projekt ins Leben gerufen, das MENA Prison Forum heißt. MENA ist die Region Nordafrika, Middle East und ja, ein Forum für Gefängnis in dieser Region, in der MENA-Region. Und ein anderer Grund war eben auch, dass es mehr und mehr akademische Arbeit zu Folter, Trauma gab. Es gab mehr und mehr Filme, in denen Gefängnis auftauchte, ein Film, der etwas Tatmau ähnelt, ist der Film Ghost Hunting, der auch in deutschen Kinos lief, wo es um ein palästinensisches Gefängnis geht, von Raed Andoni. Der Gefängnis, Folter, Trauma ist ein Thema in sehr vielen Kunstprojekten. Es ist in der Literatur und wir hatten das Bedürfnis oder wir haben geglaubt, dass der rein Human Rights Oriented Approach, der reine Human Rights Oriented, dieser Ansatz nicht ausreicht. Und genauso wie nur der künstlerische Ansatz reicht auch nicht aus, sondern das MENA-PRISM-Forum ist ein interdisziplinäres Projekt, wo wir Künstler, Filmemacher, Schriftsteller, Überlebende, Anwälte, Richter, Aktivisten zusammenbringen, um Gefängnis, Folter, Trauma neu zu denken. Und unsere Webseite ist heute online gegangen. Aber das kann ja eigentlich das Recht nicht ersetzen. Also eigentlich müsste man ja, gehört ja alles vor Gericht, die Täter gehören vor Gericht, es gehört ein Verständnis darüber, warum die Gesellschaften so funktionieren. Wo findet denn so etwas statt in einer Zeit, wo eigentlich die Diktaturen eher gestärkt erscheinen in der Region? Ja, das findet mit Sicherheit nicht in dieser Region statt, aber es findet zum Beispiel heute in Koblenz statt. Und in Koblenz sind zwei Syrer angeklagt, die in einem Gefängnis in Damaskus gearbeitet haben. Einer war der Direktor dieses Gefängnisses und der andere war ein Mitarbeiter. Beide stehen heute in Koblenz vor Gericht. Und dieser Prozess ist extrem symbolisch für, nicht nur für Syrien, sondern für die ganze Region. Weil das ist das erste Mal, dass ja irgendwo es gibt eine Accountability. Es gibt... Wissenschaftsrichtung. Ja, ja, danke. Und ich wünsche mir nur, dass mehr und mehr irgendwo auch auf Arabisch über diesen Prozess in der Zukunft berichtet wird. Und es gibt Projekte, die in diese Richtung gehen, weil irgendwo auch ein arabisch sprechendes Publikum zu erreichen, ist extrem wichtig. Und ich weiß, dass es in anderen europäischen Ländern werden ähnliche Prozesse angestrengt. Was es auch gibt, es gibt die Sanktionen gegen syrische Verantwortliche. Und all das sind einfach Zeichen, die von deren Symbolkraft nicht zu unterschätzen ist für diese Region. Und ist euer Film auch in anderen Ländern des arabischen Raums gezeigt worden? Ja, er ist in Palästina gezeigt worden, er ist in Tunesien gezeigt worden, er ist in Marokko gezeigt worden und in Jordanien. Und damit hört es auf. Er ist natürlich nicht im Golf gezeigt worden, obwohl wir Gelder vom Golf hatten, um ihn zu produzieren. Aber es gab ein sehr offenes Filmfestival, das es inzwischen nicht mehr gibt. Er ist natürlich nicht in Ägypten gezeigt worden, wo ähnliche Zustände herrschen. Ja, es ist in den mehr oder weniger liberalen Ländern, wenn man in Anführungsstrichen, in dieser Region gezeigt worden ist. Und wenn du jetzt über die Bedingungen des Filmemachens dabei nochmal nachdenkst, weil das ist ja jetzt sozusagen, es übersteigt doch die Idee vom klassischen Filmemachen. Also ihr seid ja jetzt auch politisch involviert, ihr wart auch vorher schon politisch. Also wie geht sozusagen der Prozess, der Wahrheitsprozess der Kunst und der Wahrheitsprozess der Politik nebeneinander her? Also er muss ja auch ein bisschen unabhängig voneinander sein. Ja, ja. Und wir sind auch nicht die, wir sind nicht die Personen, die jedes Jahr einen neuen Film drehen, sondern irgendwo Tatmur, Palmira, es hat drei Jahre gedauert, diesen Film zu machen. Und aber gleichzeitig ergänzt das eine das andere. Und ja, das ist irgendwie, das sind Prozesse, die ein bisschen schwierig sind zu beschreiben, aber wir sehen es wirklich als komplementär an. Wir trennen es, aber gleichzeitig es ist komplementär. Und diese extrem intensive Arbeit, zum Beispiel mit unserem Protagonisten in dem Film, hat uns, die drei Jahre lang wirklich auf täglicher Basis war, hat uns wirklich, hat uns verändert und hat uns wirklich das System von Gefängnis, die Bedeutung von Folter, die Bedeutung von Trauma wesentlich besser verstehen lassen, was uns heute irgendwo auch für uns wieder zugutekommt, für unsere laufenden Projekte. Und in dem Sinne, es ist nicht dasselbe. Wir trennen es zu einem gewissen Grad, aber es ist komplementär, würde ich sagen. Also vielleicht mache ich noch eine letzte Frage, Frau Fröhlich, dass Sie dann nochmal einsteigen können. Und es gibt ja jetzt auch Fragen aus dem Publikum, was vielleicht dann doch auch das Ganze ein bisschen auflockert. Ich habe trotzdem nochmal gedacht, diese, zu deiner Rolle, du bist ja eigentlich Journalistin und Filmemacherin. Also du bringst ja schon auch so eine Professionalität dafür mit. Trotzdem, wenn wir jetzt der Frage nochmal nachgehen, erzählbar, so unerzählbar, erzählbar machen, was bedeutet das für deine Position als Filmemacherin? Also ist es nicht doch, dass man sich anders riskieren muss, als man das vielleicht gewöhnlich tun würde? Mit Sicherheit, das war ein anderes Engagement, das man vielleicht mit anderen Filmen hat. Und wie gesagt, ich bin auch nicht unverändert daraus, da herausgegangen. Ich habe mir irgendwie selber vorgestellt, okay, der Film endet irgendwann, dann existiert er und lebt auf Festivals oder wo auch immer sein Leben. Und dann kehre ich zu meinem normalen Leben zurück. Aber ich war so tief drin, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich selber wieder rausgekommen bin. Und das waren nicht immer einfache Prozesse, weil auch, was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, jeder unserer Protagonisten hat eigentlich seine Rolle wieder eingenommen, die er auch im Gefängnis hatte. Das heißt, irgendwo die Person, die in Anführungsstrichen den Chef der Zelle spielt, weil jede Zelle hatte einen Chef, war auch im Gefängnis selber in dieser Position. Die Männer, die man in der letzten Szene gesehen hat, die rausgelaufen sind, waren die Personen, die auch in Wirklichkeit rausgelaufen sind. Und natürlich, diese Männer haben zu kollektiv auch überlebt, aber eben auch individuell. Und selbst im Gefängnis, das war nicht einmal alles spannungsfrei. Das heißt, wir hatten oft auch das Gefühl, wir sind mitten in der Gruppendynamik der Gefängniszelle und man geht nicht wirklich unbeschadet aus so einer Erfahrung hervor. Aber dazu bin ich vielleicht zu sehr Filmemacherin. Das war ein Trip. Das war ein jahrelanger Trip. Aber irgendwo wollte ich auch das geben, was ich fähig bin, zugeben. Frau Fröhlich, machen Sie weiter? Dann schalte ich mich an der Stelle ein. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen, auch zur Machart, bevor wir dann zu den ethischen Fragen und der Verantwortung kommen. Und ich habe schon ein paar wirklich sehr interessante Fragen aus dem Chat. Sie haben an einer Stelle am Anfang gesagt, die Männer, die hier sprechen und ihre Erfahrungen reinszenieren, die haben durch diesen Film ihre Sprache wiedergefunden. Daran kann ich gut anknüpfen. Denn der Film besteht, wenn man so will, aus unterschiedlichen Teilen. Sie haben uns jetzt vor allem Ausschnitte des Reenactments gezeigt, wo die Männer etwas spielen und wieder leben, vielleicht auch dadurch ein wenig Kontrolle über das furchtbare Erlebte bekommen. Es gibt aber auch sehr viele andere Szenen, so nämlich wie die erste, die Sie ausgesucht hatten, wo ein Mann in diesem nüchternen Raum auf diesem Stuhl sitzt und berichtet. Und davon gibt es sehr, sehr viel. Also es wird sehr viel gesprochen von den Überlebenden dieses Foltergefängnisses. Und ich war ehrlich gesagt sehr erstaunt, als ich diesen Film sah, wie flüssig die Überlebenden sprechen. Also wenn zum Beispiel auch der Mann, die Szene, die Sie uns ausgewählt haben, der erzählt ja auch etwas ganz Furchtbares, wie seine Finger verletzt wurden und so, man kann trotzdem gut zuhören, stellt sich aber das Grauen vor. Und ich fand es sehr erstaunlich, dass da an diesen Stellen die Emotion das Sprechen nicht überlagert hat. Wie kam das? Ich glaube, es gibt zwei Elemente. Es gibt das erste Element, dass wir wirklich ein jahrelanges Vertrauen aufgebaut haben. was die Männer dazu gebracht haben, irgendwo auch sehr ruhig vor dieser Kamera irgendwo zu sprechen. Und dann, glaube ich, ist es auch das Setting. Ja, es gibt, der Film ist 100 Minuten lang. 40 Minuten sieht man diese Interview-Szenen mit den fünf verschiedenen Personen. Fünf der, an dem Film nehmen 23 Personen teil. Wir fünf Personen äußern sich alle auf demselben Stuhl, in demselben Setting, alle mit einem weißen Hemd. Und wir haben alle Interviews haben wir mit zwei Kameras gefilmt. Einmal mit dieser Kamera, die Sie gerade gesehen haben. das ist ein ein Bild, ein großes Bild. Wir gehen nicht nah ran, sondern wir halten eine Distanz. Und wir haben mit einer zweiten Kamera gefilmt, die nah ran geht. Und ich glaube, wir haben uns im Schnitt haben wir beschlossen, einmal in den Interviews keinen einzigen Schnitt zu haben und nur mit der distanzierten Kamera zu arbeiten. Und ich glaube, das hilft, das Erzählte für den Zuschauer erträglich zu machen. Ja. Eine zweite Frage, wie Sie entschieden haben als Filmemacherin, was Sie erzählen. die Gefängniserfahrung hat das Leben dieser Männer radikal durchbrochen. Der Zeitraum, in dem solche, in dem das geschah, Sie haben es erwähnt, war zwischen 1975 und 1990, der Zeit des libanesischen Bürgerkrieges. Warum haben Sie sich so entschieden, dass Sie uns nichts von dem vorher zeigen? Also aus welchen Kontexten wurden diese Männer da herausgebrochen, dadurch, dass sie ins Gefängnis kamen? Und das deckt sich jetzt mit einer Frage, die gerade im Chat reingekommen ist, warum haben Sie die Männer nicht in ihrem heutigen Alltag gezeigt? Wir haben die Männer, wir wollten nicht über den libanesischen Bürgerkrieg einen Film machen, sondern wir wollten einen Film über die Folter und über das Überleben machen. Und der libanesische Bürgerkrieg ist so komplex, dass wir wirklich in eine völlig andere Richtung gegangen sind. Für uns ist es auch nicht politisch wichtig, warum diese Männer verhaftet wurden, sondern was für uns wichtig ist, was wurde diesen Männern angetan und wie haben sie darauf reagiert. Und wir geben diesen Individuen die Stimme, wir reden von individuellen Erfahrungen, aber gleichzeitig haben wir auch eine Art von kollektiven Film gemacht und es ist kein Film nur über die Vergangenheit, sondern es ist auch ein Film über die Gegenwart und von daher wollten wir nicht bei den Männern bleiben und sie heute in ihrem Kontext zeigen, sondern wir wollten uns wirklich auf das Thema Gefängnis, Folter, überleben, wo ist das Geheimnis des Einzelnen, wie überlebt man sowas, sondern wir wollten uns auf diese Fragen konzentrieren. Von daher finden auch die Interviews in diesem sehr abstrakten Raum statt. Wir wollten auch nicht in irgendwelchen Küchen, Wohnzimmern, Schlafzimmern filmen, wir wollten nicht, dass der Zuschauer darüber nachdenkt, ist das eine schöne Küche oder ein schönes Sofa, sondern die ganze Aufmerksamkeit sollte sich auf die Männer richten und von daher sind wir in diesem abstrakten Raum. Ich muss trotzdem nochmal nachhaken, diese Gefängniserfahrung ist ja eine radikale Form der Entmenschlichung, die diese Männer über Jahre erleben und es stellt sich schon die Frage, was hat ihnen geholfen, wieder Mensch zu werden, da wieder herauszufinden und zum Beispiel Familienbezüge, sofern sie denn existieren, sind da schon auch sehr erheblich. Ja, insofern gab es auch von den Protagonisten nicht das Bedürfnis, Teil ihrer menschlichen Umgebung damit reinzuholen in den Film? Für die Protagonisten war es, es wäre ein zweiter Film, um anders zu sagen, für die Protagonisten in diesem Moment, in diesen Jahren, zwischen 2012 und 2015, war es für die Protagonisten wichtig, das Geschehene zu zeigen. Wenn ich heute mit einem zweiten Projekt kommen würde, wie war die Zeit danach, würden sie mit Sicherheit zustimmen. Aber es ist ein anderer Film, es ist ein zweiter Film. Und es wäre toll, wenn jemand diesen, ich weiß nicht, ob ich selber diese Energie habe, es wäre toll, wenn jemand diesen Film machen würde, weil diese Fragen, wie lebt man weiter mit all dem, sind extrem wichtig. Und für diese Männer, was ich nicht im Detail gesagt habe, aber ich habe schon erwähnt, dass die syrische Armee noch Besatzungsmacht war, als diese Männer 2000 in den Libanon zurückkamen. Und für viele Libanesen oder für den offiziellen Libanon waren das die Verräter, die zurückkamen. Das heißt, und diese Männer, die haben die zwischen acht, ich meine, die waren jung, die waren um die 20, als sie in Syrien verschwunden sind. Sie kamen zurück in den Libanon und waren 30, 35. Das heißt, diese Männer haben auch die besten, nicht die besten Jahre ihres Lebens verloren, aber sie haben die Jahre verloren, wo man sich selber konstruiert. Das heißt, sie hatten dann auch in diesem Nachkriegs Libanon nicht wirklich die Chance, irgendeinen Beruf auszuüben, sondern irgendwo die meisten von dieser Gruppe sind Fahrer, entweder Taxifahrer, Busfahrer, private Fahrer oder sonstige Fahrer. Zwei arbeiten mit Aluminium und mit Elektrizität und so weiter. Aber viele fahren und ich denke, dieses Momentum des Fahrens ist einfach auch wichtig, weil Fahren war zumindest am Anfang nach dem Gefängnis gab das ein Gefühl von Freiheit. Dieses Gefühl von Freiheit haben sie natürlich heute nicht mehr nach 20 Jahren fahren. Heute irgendwo versuchen sie irgendwie Geld damit zu verdienen, aber am Anfang nach den Jahren in einer Zelle plötzlich in einem Auto zu sitzen und herum zu fahren, das hat diesen Männern ein Gefühl von Freiheit gegeben. Ihre persönliche Geschichte, ja, manche haben ihre Frauen wiedergefunden, einer unserer Protagonisten kamen kamen und erfuhr von seiner Frau, dass sie sich scheiden lassen will. Andere haben nach, hatten keine Freundin, Frau vorher, sondern haben dann danach eine Familie gegründet. Eine Familie zu gründen war für alle extrem wichtig. Es gibt einen Protagonisten, der nicht in Interviews zu, und das ist irgendwie eine schöne Geschichte, die ich hier gerne erzählen würde. Einer unserer Protagonisten, der nicht in den Interviews zu fort kommt, aber in dieser Kollektivzelle, war verlobt mit einer Frau, die Susan hieß. Er wurde auch festgenommen, nach Syrien gebracht und war 14 Jahre in syrischen Gefängnissen. Und das Schlimmste aller Gefängnisse war Tatmor, Palmira, wo viele dann eben mehrere Jahre verbracht haben, aber bevor ihrer Freilassung kamen sie dann irgendwie in andere Gefängnisse, die weniger hart waren. Und dort hat zum Beispiel dieser Ali, unser Protagonist, aus Olivenkernen, aus Hühnerknochen Schmuck für seine Verlobte geschnitzt und fabriziert. Und die Liebe zu dieser Frau hat ihn eigentlich am Leben erhalten und diese Frau hat 14 Jahre auf ihn gewartet, ohne zu wissen, ob er jemals zurückkommen wird, ohne zu wissen, ob er, wenn er zurückkommt, ob er unbeschadet zurückkommt oder ziemlich verrückt. und heute sind sie verheiratet und haben vier Kinder. Es ist eine Geschichte mit Happy End. Ja, schön, dass es die gibt. Ich schaue jetzt mal hier auf die Fragen, die in unserem Chat reingekommen sind. Sie haben am Anfang davon gesprochen, dass eine Traumatherapeutin dabei war. Dahin geht nämlich eine Frage, ein Teilnehmer möchte wissen, ob bei den Dreharbeiten Traumatherapeuten involviert waren. Jetzt habe ich Sie aber vorhin so verstanden, Sie haben gesagt, Sie haben die Expertin, den Experten zu Rate gezogen, warum nicht die Protagonisten? Ich habe drei Jahre lang Supervision gemacht bei einer deutschen Therapeutin Sabine Jodel Saie, die damals noch im Libanon gelebt hat, die heute bei der Charité in Berlin ist, weil ich persönlich das Trauma besser verstehen musste, weil ich persönlich die Gruppendynamik zwischen den Männern besser verstehen musste und weil ich diesen Dreh vorbereiten musste. Und die Männer wollten einen Film machen und selbst wenn dieser Film mit Sicherheit therapeutisch für sie war, sie wollten nicht eine Therapie machen, eine klassische Therapie machen. Der Film hatte für für diese Männer einen therapeutischen Effekt mit Sicherheit. Aber die Männer selber wollten mehr Action und nicht eine klassische Therapie im klassischen Sinne. Aber um die Sicherheit der Männer zu gewährleisten habe ich keine Therapie gemacht, ich habe eine Supervision gemacht. Und indirekt war die Therapeutin permanent dabei, selbst beim Dreh. Sie war nicht vor Ort, aber indirekt war sie dabei. Und ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so gut auf irgendetwas vorbereitet, wie auf diesen Dreh. Ich war vorbereitet, wenn was ich machen soll, was ich machen kann, was ich machen muss, falls einer der Männer ein Flashback bekommt, und 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 und. Aber das war eine gemeinsame Entscheidung, auch zwischen der Therapeutin und mir, dass diese Supervision möglich ist und den Männern diese nötige Sicherheit vermitteln kann für für den Dreh. Ich muss dennoch nachfragen, aber im Libanon selbst gibt es schon so ein Verständnis von Trauma Betreuung, traumatischen Erlebnissen, ist das gewissermaßen eine gesellschaftlich anerkannte Tatsache oder ist das schwierig? Das ist sehr schwierig, es ist bis heute sehr schwierig und bis heute stigmatisiert es auch, zu einem Psychologen zu gehen, das heißt, man kommt mit seinem Leben nicht klar, es ist ein Stigma, es ist etwas, was auch nicht jeder bezahlen kann und ja, es ist stigmatisierend, das ist nicht, es ist nicht wirklich von der Kultur akzeptiert. mag vielleicht auch die Haltung der Männer da beeinflusst haben. Ich habe jetzt noch eine weitere sehr interessante Frage, nämlich, ob es Szenen gab, die sie dann beim Schnitt bewusst weggelassen haben, weil sie zu grausam für das Publikum gewesen wären. Es gab keine Szenen, die, weil wir haben nicht, nein, es gab keine Szenen, die wir weggelassen haben, weil sie zu grausam waren, aber wir haben zum Beispiel, es gibt bestimmte Punkte, die der Film nicht berührt, aber die wurden auch nicht gedreht. Was zum Beispiel der Film nicht direkt anspricht, ist sexuelle Gewalt, weil sexuelle Gewalt, ich meine irgendwo inzwischen, aber hört man viel über sexuelle Gewalt an Frauen, Männern, Kindern in syrischen Gefängnissen, aber es ist nach wie vor ein Tabu. Und da wir wollten, dass die Männer sich mit dem Film identifizieren und wirklich fühlen, dass es ihr Film ist, haben wir nicht irgendwo über das Thema sexueller Gewalt gesprochen. Es kam immer wieder indirekt vor, aber dann, wenn jemand darüber gesprochen hat, hat er nicht gesagt, es ist mir passiert oder ich wurde sexuell missbraucht, sondern es passierte mit jemandem, der mit mir in der Zelle war. Das heißt, irgendwo auch die Erzählung, die Erzählung wurde anders, die Erzählung war nicht mehr so direkt, wie sie normalerweise in den Interviewszenen im Film zu sehen ist. Und wie gesagt, da wir wollten, dass sich die Männer mit dem Film identifizieren, wollten wir sie nicht in Anführungsstrichen zwingen, über etwas zu sprechen, über das sie nicht wirklich sprechen wollen. Und das heißt, wir haben das auch nicht gedreht. Aber die Dem, es gibt Szenen in dem Film, wo die Demütigung, wo es irgendwo Anspielungen gibt, wo man nicht sehr weit davon weg ist, sich vorstellen zu können als Zuschauer, dass auch so etwas passiert ist. Aber es wird nicht direkt angesprochen. An das, was Sie eben gesagt haben, würde ich gerne eine Frage anknüpfen, die vielleicht auch so was wie eine Schlüsselfrage ist, nämlich die Frage nach Ihrer Verantwortung als Filmemacherin. Sie sind Deutsche, Sie leben im Libanon, Sie erzählen die Geschichte von Männern, die Sie selbst, zum Glück nicht selbst erleiden mussten und was würden Sie sagen, ich nehme an, dieses Thema der Verantwortung, was darf ich, was kann ich, wo muss ich aber auch aufhören und meinen Gegenüber mit seinen Grenzen respektieren, wie sind Sie damit umgegangen, wie haben Sie diese Frage bearbeitet für sich? Das war, da hat mir, natürlich habe ich mir diese Fragen gestellt und zum Beispiel niemanden irgendwo zu zwingen, etwas zu sagen oder über etwas zu sprechen, über das er nicht sprechen möchte, von daher war das auch ein langer Prozess. Ich habe auch irgendwo insofern nie die Männer, wie gesagt, es war nicht immer nur harmonisch, es gab eine Gruppendynamik in der Gefängniszelle und diese Gruppendynamik, weil, ja, sie haben zusammen überlebt, aber jeder hat auch individuell überlebt und diese Gruppendynamik kam auch in der Arbeit an dem Film wieder hervor, das heißt, es gab Momente von extremer Spannung und so weiter, aber ich habe versucht, das nie auszunutzen, mich nie auf irgendeine Seite zu stellen und aus genau diesem Grund, weil ich diese Verantwortung hatte, habe ich auch mich zu einer Supervision entschlossen. Haben Sie den Männern, den Protagonisten einzelne Szenen gezeigt vorher, bevor der ganze Film fertig war oder haben Sie den Protagonisten den Film erst dann gesehen, als er fertig war? Ja, so sehr, drei Jahre lang, zwei, drei Jahre lang war ich im täglichen Kontakt mit diesen Männern und wir haben an diesem Dreh gearbeitet und sie waren in allem involviert. Als der Film geschnitten wurde, was auch mehrere Monate gedauert hat, habe ich alle völlig ausgeschlossen, weil dann ging es darum, einen Film zu machen und nicht irgendwie darum, dass jemand sich fragt, wie oft komme ich in dem Film vor und wie sehe ich aus und wie oft kommt jemand anderes vor und wer redet mehr und wer redet weniger und 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 und. Weil man kann den Film dann auch nicht nur einem zeigen, sondern man muss ihn allen zeigen und dann gibt es keinen Film mehr. Ein Film ist kein demokratisches Produkt. Von daher habe ich mich völlig zurückgezogen. Teilweise haben wir den Film in Frankreich geschnitten, auch nicht im Libanon. Das heißt, ich war auch physisch nicht da, auch wenn ich den Kontakt behalten habe, permanent. Ich habe den Film in den Männern das erste Mal gezeigt, als er komplett fertig war, mit Sound, mit Color Corrections, mit allem. Ich habe ein Kino gemietet und die Männer haben den Film das erste Mal in den besten Konditionen als Kinoereignis gesehen. Und das war ein sehr bewegender Moment. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe noch weitere Fragen aus dem Chat. Jetzt ist eine Frage, die richtet sich auf die Wirkung des Films. Sie haben eben davon gesprochen, welche Wirkung er erzielte, als er im Libanon gezeigt wurde, vor Ort in der Gesellschaft, die sich mit dieser lang verschwiegenen Thematik auseinandersetzen will, auseinandersetzen muss. Diese Frage hier zielt auf die Wirkung, die Sie beim deutschen Publikum erzielen wollen. Sie haben ja schon Erfahrungen gemacht, der Film ist in der Schweiz, habe ich gesehen, in vielen Städten gezeigt worden, hatte da ein Verleih auf Festivals, kommt wahrscheinlich doch auch in Deutschland, wird er hoffentlich noch mehr zu sehen sein. Und die Frage lautet, mit welchem Gefühl, welchen Fragen oder Lerneffekten soll ein deutsches Publikum aus dem Kino gehen? Ich hoffe, dass der Film beitragen kann, ein Verständnis auch einmal für diese Männer, für Syrien und für diese Region zu entwickeln, aber auch eine politische Verantwortung, weil diese Woche zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, diese Woche findet in Syrien eine Konferenz statt, bei der es darum geht, ob syrische Flüchtlinge wieder zurückkehren können. Gott sei Dank wird diese Konferenz von der EU boykottiert, es ist niemand da, aber das, was man in dem Film sieht, ist ein winziger, ein kleiner Teil von dem, was heute in Syrien passiert. Und ich wünsche mir wesentlich mehr Empathie für Flüchtlinge aus Syrien oder ähnlichen Ländern, für die irgendwo Unvorstellbares erlitten haben. Ich wünsche mir, dass es irgendwo eine Bereitschaft gibt, wo mit dieser Empathie, ich weiß, dass es sie gibt, zum großen Teil jedenfalls, aber ich hoffe, dass sie diese Empathie auch bestehen bleibt und dass kein syrischer Flüchtling wird heute freiwillig nach Syrien zurückkehren, einmal weil es ein kriminelles Regime wie nach wie vor die Kontrolle hat und zweitens, weil das halbe Land zerstört ist und ich wünsche mir, dass politisch die deutsche Regierung oder der ganze Westen sehr vorsichtig ist, mit Diktatoren zusammenzuarbeiten und da denke ich nicht nur an Bashar al-Assad, ich kann auch Sisi aus Ägypten erwähnen und viele andere und ich glaube, es ist eine, es ist völlig falsch, ich glaube, der Westen denkt zu sehr über eine gewisse Stabilität in diesen Ländern oder hat zu sehr den Schwerpunkt der Stabilität in diesen Ländern, weil die Stabilität, die der Westen will, weil er hofft, dass nicht noch mehr Flüchtlinge kommen, ist leider, wird leider irgendwie von Diktatoren gewährleistet, die viele, viele kritische Stimmen unterdrücken, um das sehr diplomatisch zu sagen. Wir haben es verstanden. Ich habe zwei Fragen, da geht es um die Täterperspektive. Sie haben einen Film gemacht über Opfer brutalster Gewalt und ich bringe jetzt beide Fragen hier gleich nacheinander ein. Einmal geht es um die Frage, können Sie sich vorstellen, auch einen Film aus Täterperspektive zu machen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, da geht es darum, was zu klären in Ihrem Film. Da hat eine teilnehmende Person nicht ganz verstanden, wer denn im Film, also in den Re-Enactment-Szenen die Rolle der Täter übernommen hat und wie deren Verhältnis zu der dargestellten Gewalt ist, die sie ja da selbst ausüben. Um auch mit der zweiten Frage zu beginnen, die Täter werden von den ehemaligen, von den Überlebenden selber gespielt. Die Männer hätten es nie, die Männer, die in dem Film, in dem Dreh, nicht davor zu rückschrecken, irgendeine Art von Demütigung zu zeigen, wie zum Beispiel in der letzten Szene, wo eine Person das Wasser auf dem Boden aufleckt, was eine sehr demütige Situation ist, hat kein Problem sich in dieser Situation zu zeigen und von einem ehemaligen Mitgefangenen sozusagen in Anführungsstrichen geschlagen zu werden, aber keiner dieser Männer hätte akzeptiert, dass irgendjemand, der nicht zu ihrem Kreis gehört, der kein Überlebender ist, die Rolle der Täter einnimmt. Die Rolle der Täter konnte nur von den Überlebenden selber gespielt werden. Ich weiß, dass wir zu Wenn ich kurz einhalten darf, war das denn immer aufgeteilt, wer einen Täter spielte und wer Das sind drei Personen, die Täter spielen wollten und die einen gewissen Spaß dabei haben. und ich denke, es war eine Art von verspäteter Rache, was es gibt vor allem eine Person, die Saad heißt, die sehr überzeugend diesen Täter spielt. Das ist der, die Person, die jemand anderen dazu bringt, das Wasser vom Boden aufzulecken und er spielt nicht nur die Person, sondern auch wenn er spricht, spricht er wirklich mit dem Dialekt der Täter. Die meisten Täter in diesem Gefängnis waren Alawiten, diese Alawiten haben ihren eigenen Dialekt und er nimmt wirklich diesen Dialekt an und für manche war das wie ich glaube wirklich eine Art von verspäteter Rache diese Rolle zu übernehmen. Keiner wollte nur die Rolle der Täter haben. Für alle war es primär ihre eigene Rolle als Gefangenen zu zeigen, aber eben drei Personen waren auch bereit, diese Täter Rolle zu übernehmen. Zu Tätern allgemein. Unser erster Film ist die Täter Perspektive. Lugmann und ich, mein Partner Lugmann und ich, wir haben einen ersten Film gemacht, nur mit sechs Tätern. Der Film heißt Massaker, der wurde 2005 auf der Berlinale gezeigt und dieser Film porträtiert sechs Männer, die während des Massakers von Sabra und Shatila 1982 im libanesischen Bürgerkrieg getötet haben. Und man sieht nichts anderes als die Täter. Das heißt, wir sind im Endeffekt, wir glauben daran, dass man Tätern eine Stimme geben muss und wir glauben aus mehreren Gründen daran. Aber und wir sind im Endeffekt, wenn man so will, ja, unser erster Film war über die Täter Perspektive und von der Täter Perspektive sind wir zu der Perspektive der Überlebenden gekommen. Ja, wir sind fast am Ende der Zeit. Ich schaue jetzt noch mal zu Katja Maurer, ob Sie vielleicht noch eine abschließende Frage haben, vielleicht auch noch mal was zum Libanon. Katja Maurer, bitte. Mikro anschalten. Genau. Ja, meine Frage wäre vielleicht noch einmal zur Situation im Libanon. Wir haben ja auch hier alle mitbekommen, dass es diese grauenhafte Explosion gab. Auch in Libanon gibt es politische und gesundheitliche Verwerfungen mit Corona und letztes Jahr ja auch diese ganz großen faszinierenden Demonstrationen, wo so eine Aufbruchsstimmung war, als könnte man Libanon doch verändern und in ein Land entwickeln, das demokratische sich gestaltet. Wie ist die Situation heute im Vergleich zu damals? Boah, die Situation heute ist etwas ist ziemlich katastrophal. Ja, es gab vor einem Jahr gab es diese immense Aufbruchsstimmung. Der Libanon ist ein kleines Land mit sehr vielen Konfessionen, 17 Konfessionen und viele Libanesen fühlen sich mehr ihrer Konfession zugehörig als ihrer Nationalität oder jedenfalls war es jahrelang so und das wurde plötzlich aufgebrochen und das heißt wir hatten alle vor einem Jahr wirklich das Gefühl wir wissen nicht wo diese Revolution hingeht wie sich diese Revolution entwickeln wird aber irgendetwas hat sich grundlegend im Libanon verändert wir fühlen uns alle als erstes als Libanesen dann wurde diese Revolution nach mehreren Wochen brutal niedergeschlagen dann kam Corona dann kam die Explosion und am 4. August wir sind jetzt wieder Corona wir erleben jetzt die zweite Welle von Corona und gleichzeitig gab es eine immense Inflation hier im Libanon der Staat ist bankrott das heißt die Situation ist auf allen Ebenen heute katastrophal 300.000 Leute wurden betroffen von der Explosion viel haben ihre Wohnungen verloren in den letzten drei Monaten wurde der Staat hat nichts gemacht es wurde etwas renoviert inzwischen hat es angefangen zu regnen in Strömen das heißt irgendwo es funktioniert nichts es gibt kaum Medikamente es gibt die Preise haben sich verdreifacht Nein es ist rundherum eine katastrophale Situation und eigentlich fragen wir uns alle wann diese katastrophale Situation erneut explodiert hat vielen Dank vielleicht soweit erstmal es gäbe noch viel zu reden wir sind am Ende unserer Zeit angelangt unseres heutigen ersten Abends morgen geht es weiter mit dem nächsten Workshop über das Thema Influencer und eine Welt Berichterstattung wer sich aber noch mehr für den Film von Monika Bordmann interessiert Tadmor über den wir jetzt heute geredet haben es gibt eine Webseite mit Informationen und zwar unter tadmor-themovie.com da können Sie sich informieren vielleicht auch dann irgendwann darüber wenn der Film nach Corona in den Kinos zu sehen sein wird und außerdem das möchte ich auch unbedingt noch sagen schauen Sie sich mal die Webseite an der filmtage minus globale minus perspektiven de da finden Sie nämlich einen Teil des Filmprogramms der diesjährigen Filmtage die eben nicht analog sondern online nur stattfinden können die können Sie noch sehen nur noch ein paar Tage ich glaube bis zum 13. November nicht alle Filme leider nicht der von Monika Bordmann aber einige von den Filmen die dieses Jahr eingereicht worden vielen Dank Monika Bordmann dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch vielen Dank Katja Maurer und Medico International und ich danke allen Partnern des heutigen Abends und der Filntage globale Perspektiven und schön dass Sie heute alle uns auch zugeschaut haben wenn Sie es verpasst haben oder Freunde von Ihnen sagen Sie es weiter das Video finden Sie dann auch auf unserem YouTube Kanal schönen Abend doch vielen Dank Dank Vielen Dank.